Liebe Gemeinde, willkommen zurück zu dieser 5 das Erbe der Könige Legenden und wir gehen wieder mal eine Freispielkarte an. Dies ist immer noch dieselbe Aufnahme, in der ich mich befinde, in der ich ebenfalls ein kleines GTA View gemacht habe, wo ich mir etwas fürchterliches ansehen musste. Und die Dwayne Edge Aufnahme gemacht habe. Das heißt, ich bin immer noch praktisch frisch aus dem Zug und das ist schon die dritte Aufnahme heute. Und wir spielen, wie ihr gerade seht, die Karte Große Opfer Teil 1. Diese Karte wurde vorgeschlagen von Paul Johannes, wenn ich mich richtig entsinne, und soll hart sein. Zumindest sagen die Kommentare auf der Mapsource das. Also schauen wir uns an. Der Link dürfte sich in der Videobeschreibung befinden. Zumindest sobald die Mapsource wieder online ist, offenbar gibt es da gerade ein paar Probleme. Der Kontext. Kerbros und Varg haben sich verbündet und greifen Wittersfeld an. Der Bürgermeister an der Stadt erweist sich bald als hilflos und ergreift die Flucht. Nun ist es an euch, die Stadt zu verteidigen und die Angriffe abzuwehren. Unterschätzt eure Gegner nicht. Viel Spaß. Wünscht. Bixen. So. Dann starten wir die Karte mal. Start. Und wenn du direkt zerfetzt. Oder wir lassen das Spiel einfach sich selbst erledigen. Wie bei... Wie das letzte Mal bei... ...den dunklen Pyramiden. Wittersfeld. Ja, wir sind in Wittersfeld. Eine stolze Stadt, in der Registreiben herrscht. Doch grausame Ereignisse werfen drohend ihren Schatten voraus und versetzen die Bürger in Angst und verbreiten Schrecken. Langer Prolog. Denn vor den Toren der Stadt haben sich zahlreiche gegnerische Truppen versammelt, die bereits auf dem Vormarsch zu sein scheinen. Aha. Gut. Eine Dario-Wassier-Statue, alles klar. Alle verfügbaren Truppen aus Wittersfeld wurden bereits bewaffnet und sind zum Teil schon auf ihren Posten. Oh, wir hatten ein paar nette Truppen. Wird viel gelb, dann... Kann man vielleicht mit der Armee was anfangen. Mal schauen. Doch, sind sie wirklich bereit und in der Lage, den Amtsturm so lang genug standzuhalten? Wir haben Pölgrim und Ari. Alles klar. Und wir müssen Burgkleck und... Alles klar. Ähm... Aufträge. Sprechst du mit dem Mürfersfeld und mein genaues Bild über die Lage ist, die Verschaffen. Alles klar. Werden wir machen. Ähm... Wo ist... Müsste ich auch... Müsste ich auch ein klares Bild über die Lage? Hier sind... Wir müssen, glaube ich, die Burg halten. Gut. Wir müssen die Stadt mauern. Ich schau mal... Ich schau gerade... Bevor wir den Bürgermeister labern, werden wir erst einmal gucken, wo die Stadttore sind. Hier ist kein Tor, wie es aussieht. Hier ist... Auch nicht direkt ein Zugang zur Stadt. Hier ist ein Zugang zur Stadt. Hier ist ein Zugang zur Stadt. Es gibt ein paar Zugänge zur Stadt. Haben wir Leib-Eigene. Ich glaube, wir können keine Leib-Eigene rekrutieren. Ah. Burgtor schließen. Hier klingt nur zu schließen. Ihr könnt es nur einmal schließen. Es wird dann nach drei Minuten... Es wird dann nach drei Minuten wieder geöffnet. Und Leib-Eigene kaufen. Gut. Dann probieren wir es jetzt. Erstmal die Uhr anmachen. Und... Bürgermeister. Solche Grüße, Ariu Pilgrum. Leider habe ich gerade keine Zeit für kein Schwitzchen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Wird das Feld belagert. Ne, habe ich noch nicht bekommen. Oh. Da sehe ich ein bisschen grün. Das geht schon seit Tagen so. Ich habe meinen Truppen bereits in eine Alarmereinschaft versetzt. Auch unsere Reiter wurden mit und bereiten sich vor. Aber... Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Die Lage befreut mich total. Es sind einfach zu viele Gegner. Allein schon der Anblick der Angreifer. Bitte verteidigt wird das Feld, so gut es geht. Ihr könnt das sicher besser als ich verteidigen. Umhängend, dass diese Burg kostet, was es wolle. Ihr habt einen neuen Augenblick gehalten. Was sind Zelte? Geheimd, attackiert eure Siedlung. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt... Okay, Reiterei ist für Verteidigung nicht das Beste. Schauen wir mal. Truppen von Wittersfeld. Wir haben... Aber lässt uns schützen. Dann... Einen davon, einen davon, einen davon. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ihr geht auf jeden Fall erstmal zu... Diesem Tor. Okay, es gibt drei Tore, wie es aussieht. Ihr drei geht erstmal hier hin. Denn da geht schon von mir die Hölle los. Und hier unten haben wir auch noch ein Tor. Wir haben keine Leibabendüse aussieht. Hier haben wir noch Garek. Und wir müssen eine Stunde Stand halten. Ach, da kommen sie schon angerast. Zum Glück haben wir die Truppen losgeschickt. Wo sind die? Die Truppen sind unterwegs, aber vielleicht ein bisschen überfordert. Haben wir einen Schießplatz irgendwo? Denn ich würde liebend gerne ein paar Bogenschützen haben. Da. Äh, ja. Oh, wir kriegen direkt Ambulisten schützen. Das heißt, wir brauchen hauptsächlich Eisen. Ach, ich will schon Wegpunkte setzen hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, darum können wir uns gleich nicht kümmern. Wir brauchen Eisen. Wo sind wir hier Eisen? Hier unten kommen jetzt eine... Kommen feindliche Truppen hier rein. Da können sie gerade wenig machen. Sorgen wir lieber dafür, dass wir halt die Stadt gesichert bekommen. Hier ist Eisen. Baut es ab. Wir haben drei Schmieden hier, die am Arbeiten sind. Unsere Truppen verteidigen hier schon. Die andere Armee verteidigt hier. Hat sich hier in Position begeben. Wir erledigen das. Die Abelessenschützen, die wir ausgebildet haben. Wo hatten wir die ausgebildet? Oh, wir haben noch Reiterei hier. Wir ziehen jetzt mal alles hinter unsere Stadttore zurück. Was geht hier ab? Bleibt in der Stadt. Das wäre mir sehr lieb, wenn ihr in der Nähe unserer Kanonentümmel bleiben würdet. So. Was gibt mir vor euch? Ach ja, die rennen jetzt hier. Hier haben wir unsere Kavallerie. Die kann uns egal sein. Reiterei ist nicht so wichtig, denke ich. Wir lassen die natürlich da ein bisschen stehen, damit die hier als Pufferzone dienen. Die hier halten nicht ohne Weile. Wo haben wir jetzt unsere Truppen hingestellt? Ach da. Nein, nicht halt. Hier geht jetzt hier unten dieses Tor sichern. Einfach nur schützen. Schützen sind das Beste für die Verteidigung einer Stadt, würde ich sagen. Vielleicht auch Kanonen, aber Kanonen kosten zu viele Bevölkerungspunkte. Also. Wir haben doch noch einen Schießplatz. Alles klar. Macht, was ihr wollt. Kümmert mich nicht. Ah. Gut. Der Mangel eines Dorfseins ist problematisch. Wir wollten vielleicht mit dem Typen hier reden. Garek. Hallo, meine Freunde. Habt ihr schon gehört, dass Kerbeross und Wagens sich verbündet haben, um Wind ausw出et zu erobernen? Nö! Ihre Truppen haben bereits den Außenposten Nordosten vernichtet und in der Nähe ein eigenes Lager aufgeschlagen. Ihr solltet euch beeilen. Sie werden sich nicht viel Zeit lassen und ganz sicher sehr zahlreich hier erscheinen. Zum Glück ist es uns gelungen, unsere Verbündeten zu informieren. Sie werden allerdings noch eine Weile brauchen. Viel Erfolg. Ach, du bist ja hilfreich. Bei dem Lager im Nordwesten. Soll es das Lager hier sein? Kann es aber schön egal sein hier. Gut. Bogenschützen, die wir ausgeben. Ach ja, Dorfzentrum-Probleme. Dorfzentrum-Probleme, das ist problematisch. Gut, wir müssten vielleicht versuchen, an das Dorfzentrum ranzukommen. Andererseits ist das vielleicht die beste Idee, weil es halt auch so weit außen vor ist. Und hier müssen wir ein paar Schützen hinkriegen. Andererseits werden wir von allen Seiten schon angegriffen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Gut, wir werden auch einige Dorfbewohner und so weiter verlieren. Das erste brauchen wir aber hauptsächlich mehr. Okay, wir brauchen erstmal was... Wir brauchen erstmal Stützpunkte in der Nähe der Tore. Wir bauen hier einen Schießplatz. Eisen ist jetzt gerade nicht so wichtig. Wir bauen hier oben noch einen Schießplatz. Ja! Wir könnten der Theorie auch einfach... ...uns hier oben jetzt einnisten und hier alles verteidigen, während der Rest der Welt einfach vor die Hunde geht. Ginge bestimmt ganz gut. Ja, komm, mach die doch nur. Könnte mir doch scheißegal sein hier. Da können wir einmal draufhauen. Simpleerweise, weil die ja ein bisschen nervtöten sind. Halten wir einfach mal die Stattore. Mach das mal weg. Das ist ein bisschen ein Häufchen Elend hier. Okay, dann hau da halt rein. Euer Dorf wird angeguckt. Ja, das ist mir schon irgendwie klar gewesen. Denke ich. So, da haben wir erstmal Gruppe 0. Die werden wir brauchen. Gruppe 0. Marsch nach... Ach komm, hier ist kein Platz. Wir brauchen irgendwo in der Nähe... ...einen... ...guten Stützpunkt. Dann müssen wir hier hinsetzen. Ihr, hier oben. Ihr seid Gruppe 9. Gruppe 9 kann in der Nähe... ...hier irgendwie so... ...hals abgehen. Okay, da kommt schon die nächste Armee an. Die Reitere halten wir ein bisschen zurück. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Euer Wunsch ist mir befehlen. Und was außerhalb der Stadt ist, kann uns eigentlich scheißegal sein. Wir könnten das abreißen, um die Ressourcen zu bekommen... ...und die Bevölkerungsplätze möglichst schnell zu bekommen. Also... Tschüss, Freunde. Tschüss, Freunde. Andererseits... ...bieten die uns einen relativ guten Puffer hier. Ah, es ist schwierig abzuwägen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauern und Hülfe produzieren nicht genug Essen. Ähm, Freunde. So soll es sein. Wir brauchen euch gehen. Hier könnten wir bald wieder Verstärkung brauchen. Haben wir irgendwelche Dorfzentrumen, die wir ausbauen könnten? Sieht nicht danach aus. Wir haben offenbar... ...Dorfzentrummangel. Ich würde ja gerne die ganze Map erkunden, aber wie es aussieht, wird das nichts werden hier. Türme! Türme sind, glaube ich, auch die Devise hier. Viele Türme sind gut, um uns zu beschützen. Einen guten Tag zu wünschen wäre hier wohl etwas ungebracht. Hm? Diese Angreifer wollen Wintersfeldschreiber unbedingt einnehmen. Ich würde euch mit Männern und Goldlieferungen unterstützen, falls ihr Interesse habt. Handelsmenü. Der Feind attackiert eure Siedler. Über die Schwefemine. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ah, interessant, aber er bietet keine Soldaten. Moment. Ähm. Leute. Warum sind hier Leute durchgebrochen? Wir brauchen... ...hier noch so einen Turm. Ich habe die ersten Probleme mit Angreifern. Nun, glücklicherweise ist meine Armee gleich hier. Ich habe zwar eigentlich schon ausgedient, aber er soll mich nicht davon abhalten, einem alten Freund zu helfen. Also, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Wohngeschubse? Wie ihr befehlt? Hinter die Mauern zurück. Gruppe 9. Wir werden hier noch Töne brauchen. Gruppe 0. Alles in Ordnung. Wir werden die brauchen. Kerlbraus und Wark. Ja. Das sollte ich halt machen. Hier kommt die nächste Armee an. Zum Glück haben wir hier einfach schützen. Mehr Türme. Mehr Türme! Ihr werdet doch hier gebraucht. Ähm. Wir passen gar nicht so viele Türme hin, wie wir brauchen werden, glaube ich. Mehr Türme! Die Schützen müssen weg. Also haut mal rein, Freunde. Gruppe 0. Zieht euch mal ein bisschen zurück. Ausbau Vollberat. Okay. Mehr Türme. Jetzt bekommt ihr, was ihr verdient habt. Meine Armee wird gleich da sein. Und ich euch vernichten. Ahaha. Das war so klar. Ich würde euch helfen. Das nicht lache. Niemals, alter Freund. Na sicher. Der Wark ist mein Freund. Den kenne ich schon seit. Ach egal. Einen angenehmen Tod wünsche ich. War schon klar. Attacke. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit euer Wohngeschubse? Der Feind attraktiert euch. Gut. Hier wird es problematischer. Dafür sind wir genau die Richtigen. Sofort. Jawohl. Seid unbesorgt. Gut. Wir schicken mal. Was macht ihr denn hier? Was soll der Scheiß denn hier? Reiterei. Reit. Wird erledigt. Reiterei. Das kann ich. Bitte runter. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wo rennen die? Die rennen direkt zur Burg, wie es aussieht. Ist das denn alles scheißegal oder was? Wo ist unsere Armee? Die scheint irgendwie die Existenz verloren zu haben, wie es aussieht. Gut. Die rennen direkt zur Burg. Wo sind unsere Helden? Die können das schon. Die machen das schon. Die machen das schon. Okay. Wisst ihr was? Wenn die offenbar direkt zur Burg rennen, denen alles scheißegal ist, dann... Warum sollten wir es anders machen? Äh ja. Ihr seid tot. Tut mir leid. Aber sie müssen den hinnehmen. Ey, ihr. Zur Burg. Warum sollten wir uns um die Stadt kümmern, wenn der Feind das auch nicht tut? Und euer Wunsch ist mir befehl. Das könnte ein bisschen lauter werden. Feinde greifen eure Häuser an. Ich habe Hunger. Tut doch. Wo ist Gruppe 0? Die reparieren. Gruppe 9. Euch werden wir hier brauchen. Ein paar neue Türme ziehen und so ein Scheiß. Und dann lassen wir einfach diese Türme hier ein bisschen Feuer und die Gegner ausdünnen. Benutzen wir einfach unsere gesamte Stadt als Pufferzone gegen den Gegner. Gut. Euch ziehen wir jetzt auch zurück. Ausbau voll. Tütlü tüt. Ihr werdet angegriffen. Ausbau abgeschlossen. Haben wir noch irgendwo. Ach, ihr. Ihr könnt auch noch hierhin zurück. Bis in den Tod. In Ordnung. So, wir halten einfach die Burg. Scheiß auf alle anderen. Ich meine, die scheißen auf unsere Stadt, also scheißen wir auf die. So einfach ist das. Und haben wir den Platz für... Nein, wir haben hier leider nicht den Platz für irgendwelche Militärbasen. Aber ich glaube, die ignorieren ja sowieso genug von unseren Militärbasen, damit... Hier haben wir vielleicht Platz. Guck mal. Gruppe 0. Nein. Nein. Nein, nicht wirklich. Egal. Wer interessiert schon? Den Fall ist auch mal nicht. Ach, und ihr könnt mir auch egal sein hier. Ihr müsst doch irgendwie... Das soll ich nicht 46 Minuten, weil er eben dieses komische Zeug hier davor hat. Was ein bisschen... Nervtöten sein kann. So, Gruppe 0. Wo haben wir euch? Zuerst mal repariert in diesen Kanonenturm. Den brauchen wir noch. Gruppe 9. Baut doch einfach noch ein paar Türme mehr. Ah, da kommen die jetzt mit riesigen Reiterorten rein. Die werden hiervon ein bisschen zermürbt werden. Äh... Oh. Hey. Was geht, Leute? Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Das ist aber frech hier, was die hier treiben. Aber wir haben immer noch zu viele Leute in der Bevölkerung. Was will der Händler denn hier? Händler kann so schütze geil sein. Ich meine, ganz ehrlich, wenn sowas hier angerannt kommt, dann renne ich doch nicht los... Dann renne ich doch wirklich nicht los, um mich um den Händler zu kümmern. Gebt 8. Euer Dorf wird angebildet. Okay, jetzt können wir die Gruppe 9. Wir brauchen mehr Türme. Türme! Türme, solange du noch kannst. Wir können gar nicht so viele Türme setzen. Setzt einfach hier mitten rein so einen Turm. Diese Türme zermürben den Feind ein bisschen. Diese Türme haben den Abgang geprobt. Dieser Turm ist belanglos für uns. Diese Türme sind nutzlos. Und hier kommt die Hölle auf uns zu, gerannt. Pilgrim! Guck mal, da sind ein Riesenhaufen von Arbalestenschütz. Das ist doch wunderbar für eine Bombe. Oh, nö, das kann ich nicht akzeptieren. Oh, nein, nein, sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine! Nein, die haben noch einen Kenny getötet. Welche Schweine das sein können. Gruppe 9 ist alles egal. Wir mauchen sie einfach ein. Leck mich doch, Leute. Pilgrim, wo bist du? Da. Alles gut.